Mein Name ist Hartmut Büttner und ich möchte Bürgermeister der Stadt Bad Münder bleiben. Also das, was mich antreibt, ist die Sehnsucht nach Chancengleichheit, nach Gerechtigkeit, dass die Menschen ihren persönlichen Weg finden, in Freiheit, aber auch in Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft. Das ist das, was mich antreibt. Freunde und Familie kennen mich so, weil ich relativ früh schon ein politisch denkender Mensch war. Das ging schon in der Schule los, dass ich Klassensprecher war, in der Schülervertretung mitgearbeitet habe, später Jugendvertreter war, auch relativ schnell und früh dann der SPD beigetreten bin, bei den Jusos aktiv war. Und es geht im Grunde darum, die Möglichkeiten, die in jedem und jeder von uns stecken, zur Geltung zu bringen, dass jeder ein selbstbestimmtes Leben führen kann, aber auch in der Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft. Dass wir Chancengleichheit haben, dass wir uns aussprechen gegen Armut, dass wir dafür sorgen, dass jeder seinen Platz findet und eben auch sich gut entwickeln kann. Ich bin ja selbst auch am Süntel aufgewachsen, allerdings erst nach der Wahl in das Amt des Bürgermeisters hier zugezogen mit meiner Familie. Aber ich denke, dass ich Badmünder mittlerweile recht gut kenne, auch im Wahlkampf, im letzten Wahlkampf schon sehr gut kennengelernt habe und auch schon immer eine enge emotionale Bindung hatte hier zu Badmünder, zum Deister-Sünteltal. Und ich fühle mich hier natürlich zu Hause. Das ist meine Heimat hier. Und das ist mir sehr wichtig, dass wir weiter vernünftige Lebensbedingungen haben, dass die natürlichen Ressourcen hier genutzt werden, dass wir aber auch eine Gesellschaft sind, die offen ist für Inspiration, für Zuwanderung, auch für Zuzug, dass wir uns anbieten, das, was wir hier haben, zu teilen. Aber natürlich auch verbunden mit der Erwartung, dass die Menschen sich aktiv einbringen, in die Gemeinschaft einbringen, dass eben hier weiter gut zusammengelebt werden kann. Ja, lesen gerne und auch die Gartenarbeit, natürlich die Familie auch, die Begegnung mit Freunden, gerne auch Diskussionen mit anderen, auch gerne auch mit Menschen, die andere Standpunkte vertreten. Das bereichert ja auch und verschafft auch noch mal die Gelegenheit, den eigenen Standpunkt zu überprüfen. Das ist neben der Arbeit dann im Grunde das, was das Leben so komplettiert. Bei der Bürgermeisterwahl am 27. Oktober 2019 bitte ich Sie um Ihre Unterstützung, damit ich meine berufliche Qualifikation und das politische Engagement weiter für Bad Münder, für die Menschen hier einsetzen kann. Bei der Bürgermeisterwahl am 28. Oktober 2019 bitte ich Sie um Ihre Unterstützung, damit ich Ihnen